Warte, warte, warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr am teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop! Jawoll, meine Güte! Ja, wunderschönen guten Tag, mein Schlohn und Schritzer, Kroni ist hier am Start und ja, wir sind zurück auf Keydrop. Ich bin absolut gehypt und der Bling ist auf 18, nur mein Kultus, die ich übrig habe. Ich hoffe natürlich immer auf ein geiles Battle und wir werden heute auch wieder ein Gewöl machen, 50 Dollar. Nettes Kommentar in die Kommentarbox logischerweise. Liken, abonnieren, dies, was anderes. Ich habe mir auch überlegt, ob wir mal ein paar Videos, Giveaways aufsparen sollen und dann was Fettes machen oder wollt ihr lieber jedes Video ein bisschen was? Das könnt ihr jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Also entweder viele Gewinner oder ein Gewinner, der auf jeden Fall das goldene Glücksei bekommt. Schauen wir mal, ich werde es einfach auf Freestyle ein bisschen machen. Wie gesagt, es kann manchmal sein, dass es in dem Video gar kein Giveaway gibt. Dafür gibt es in einem anderen da mehr oder wie auch immer. Oh, hier 120er Battle. Ah, Mann ey, das ist hier so dumm gemacht. Wie soll ich es treffen? Wie soll ich das treffen? Erklärt es mir. Ist das jetzt das 120 Dollar Battle? Ah ja, hier. Boah. Ey, das ist so dumm, dass es immer runter scrollt. Verstehe ich nicht, warum die das so machen. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Oh, nee, Digga. Was für ein Voucher. Er zieht hier einfach, oh, Digga. Er zieht hier einfach 129 Dollar. Ey. Er zieht nochmal 112 Dollar und ich ziehe wieder so einen Kack. Ich überlege mal, die Kisten hätte er auch alleine aufmachen können, ne? Boah, mies. Mies. Er hat trotzdem verdoppelt, weil er gut gezogen hat. Ah, so wird das nix mit euren Giveaway. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Boah, hier so ein 500 Dollar Battle. Hätte ich auch Bock, aber ist jetzt einfach zu saftig. Komm, ey, komm ich in das. Ey, Digga. Gibt's dafür einen Trick vielleicht? Ist das das 170 Dollar Battle? Das ist das 170 Dollar Battle und es sind 19 Runden. So, wenn wir das jetzt auch verkacken, machen wir nachher noch eine 50 Dollar Kiste auf und Gucken, dass wir noch ein Giveaway, so wie angekündigt, rauskriegen. Wir gehen jetzt aber mal vom Besten aus und hoffen, dass wir gewinnen. Junge, oh, es sind 19 Runden. Das ist natürlich knackig. 19 Runden sind natürlich knackig und 170 Dollar sehe ich hier wirklich auch noch nix. Was ist das mit den Vouchern? Alter, das finde ich ja wirklich Crap. Können sie doch lieber einen 75 Cent reinpacken, verstehe ich nicht. Irgendwie ist ein bisschen alles neu. Und wir sind auch einen Ticken hinten, aber nur einen Dollar und einen Cent. Das heißt, es ist hier noch alles drin. Oh, Gott. Never mind, friends. Vielleicht soll es heute einfach nicht sein. Aber es sind auch viele Kisten. All it takes is one spin. Ist einfach das Motto. Ein Banger. Uh, ist nice. Wir sind wieder näher dran gekommen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Uh, jetzt haben wir einen. So muss es jetzt natürlich bleiben. Ja doch, ist noch alles drin. Ist alles drin. Wir sind immer noch vorne. Die Skins wären auch geiler. Könnten wir nachher mal einen Trade-up machen für irgendwas cooles. Let's go away. Tim, 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 tim. Komm, viele Kisten haben wir nicht mehr. Lecker. Wir sind wieder vorne, oder? Jawollah. 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 Aber es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und man muss bedenken, 170 Dollar, die haben wir nicht mal zusammen erreicht aktuell. Also irgendwie, jetzt sind wir bei 175 Dollar zusammen. Oh, ne. Oh, ne. Ey, komm, jetzt bitte nicht auf die letzten Kisten hier so ein Gewusel. Oh, ne. Er geht immer weiter in Vorsprung. Komm, einmal jetzt ein krasses Messer oder irgendwas. Oh, ja. Jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeholt, aber nicht viel. Oh, Leute. War sogar nur ein Dollar. Ich dachte, wie die Waffe ist. Weiß nicht. Oh, ne. Oh, ne. Was ist denn das heute? Hallo. Ich möchte hier ein paar Gewusel rausholen. Hallo. Oh, mies, ey. Ganz, ganz mies, ey. Oh, eins weiter. Wir hätten das Turbo-Messer gezogen. Wir zeigen hier auch. Oh, man. Heute soll es einfach nicht sein, ey. Komm, machen wir hier noch drei Eierkisten auf und gucken, dass wir da... Oder? Wie viele haben wir jetzt? 170, 120. Ja, komm. Let's roll. Let's roll. Und hoffen, dass da auch was Leckeres für euch dabei ist. Ey, diese Voucher verstehe ich nicht. Boah, ey. 100 Dollar Roll und nicht mal hier irgendwas bekommen. Ui, 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 ui. Letztes Video lief ja auch schon nicht so gut. Was haben wir jetzt? 22 Dollar. Okay, komm. Jetzt suchen wir hier mal einen coolen Skin raus. Den gibt's ja beim letzten Video. Falls ihr das noch nicht angeguckt habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. 50 Dollar Voucher. Boah, das ist ja die Golden Koi. Hm. Die schmeckt doch, oder? Die schmeckt doch, oder? Ach, Mann. Ey. Wir müssen doch jetzt einfach mal ein Skin hinbekommen. Kann doch nicht sein. So, wir machen hier sogar ein bisschen weniger. Machen hier 48 Dollar. Dann haben wir ein bisschen mehr Prozente. Wir probieren's noch mal mit der Golden Koi. Die hat's mir jetzt einfach angetan. Sagt euch, was das ist. Die hat's mir angetan. Ey, was ist heute los? Zum Glück haben wir noch Skins aus letztem Video, Freunde. Das sind Skins aus dem letzten Video. Ansonsten hätten wir hier überhaupt keine Skins, um irgendwelche Upgrades zu machen. Hallo, ich will die jetzt. 56 Prozent. Muss doch jetzt mal mehr als genug sein, oder? Ey, Alter. Alter. Wir verlieren einfach alles, was wir heute anfassen. Das ist halt echt nicht gut. So, hier. Ne. Ich will jetzt die Golden Koi. Muss ja auch irgendwann mal funktionieren nach Alarmsrise, oder? 64 Prozent. Ey, willst du mich trollen? Willst du mich trollen? Es kann nicht sein, Mates. Was soll ich denn noch machen? Kriegen einfach den Skin da nicht raus. Wenn ich jetzt umswappen würde, dann kommt's natürlich auf der Seite. Ey, hör auf. Hör auf. Ja, Freude ist natürlich nicht am Start. Absolut null nada. Äh, Steam-Server sind zur Zeit überlastet. Schmutz. Na gut. In dem Sinne. Ich danke fürs Zuschauen. Katastrophales Video. Hot Ryan. Und bis Spider-Man. Ciao. 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 Ciao.